Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mein Lieblingsessen ist von meiner Mutter Paprika, frischgebracht. Der Mannschaftsklown ist Sebi Eschle. Mein bester Mitspieler ist Nikolaj Piat. Das Peinlichste, das mir bisher auf dem Platz passiert ist. An meinem Geburtstag habe ich einen Elfmeterverschossen. Das kann ich überhaupt nicht. Mit links 45 Mal hochreiten. Diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel. Auf jeden Fall ein Fußball, dann meinen besten Freund Nikolaj Piat und meinen Trainer. Dafür gebe ich am meisten Geld aus. Fußballschuhe. An mir selbst mag ich... Meine Augen. Mein größter Traum ist... Irgendwann mal in der Türkschen Liga zu spielen. Bei FIFA spiele ich mit... Real Madrid, Cristiano Ronaldo Nummer 7. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Über Ja. chocolate Yes mag go Untertitelung des ZDF für funk, 2017